sehr gut ich hoffe doch ich gucke nein jetzt bekommen wir wahrscheinlich die route raus und dann müssen wir wahrscheinlich jetzt ganz schnell irgendwo hin die ich mal von aus also müssen wir die irgendwo hier abfangen sie könnte theoretisch das aufklären könnten wir gegebenenfalls dort noch mal einen angriff starten so als eine idee jetzt einmal das ist ein bisschen flotter als ich das heißt da wäre ein bauplan für uns unterwegs ist es aber nicht dann rennen wir ich habe dieses gewehr genommen falls wir irgendwie auch also dieses dicke gewehr hier falls wir irgendwie noch auf irgendeinen wagen schießen müssen damit er anhält mal kann ja alles mögliche sagen aber es muss ein bisschen schneller sein wir sollten gleich da so ein paar sekunden und ich glaube dass wir eigentlich ganz gut diese basis darauf wobei wäre das so gut wenn die da durchfahren das ist eine richtige frage gerade also ich würde die mini platzieren nein das ist das falsche und das hoffentlich für genügend verwirrung sorgen und die leute werden mir denken oh mein gott ok jetzt wird sich das jetzt mal angeguckt da hinten sind ein paar leute ich überlege ob wir den nicht halt ausrauben den ort ich weiß nicht wie wir das am besten machen wollen auch hier sind aber viele truppen komplett 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 quiet ich weiß nicht ich habe großen respekt vor dem den letzten kann sie krieg hol den dir damit hätten wir den outpost ich weiß nicht wo die lieferung gerade ist wir haben uns jetzt so beeilt ich hoffe wir sind pünktlich hier also wir warten einfach mal ab wir könnten denen auch versuchen entgegenzulaufen gerade weiß nicht ob das was bringt aber falls wie gesagt ich habe gerade eher die sorge dass die gar nicht da sind dass sie eigentlich schon viel weiter sind und wir uns jetzt denken wir machen hier so einen richtig coolen und keine ahnung und dann am ende sind gefühlt amarsch der welt schon aber moment ich laufe da nicht hin damit wir das markiert haben ich würde gerne das auskundschaften lassen ich muss das alles auskundschaften lassen gerade ich habe keine ahnung woher die kommen sollen oder wo die mittlerweile sind es wäre so übel wenn wir schon so weit sind er ist nur im regen nur nur also das müssen wir jetzt schon mal aber wir dürfen die jetzt nicht verwirren indem wir ihre posten wegnehmen wir haben ja schon einmal ihre posten weggenommen da kommt man bin ich überhaupt noch richtig? nein ich wäre falsch die müssten von weiter oben kommen ok ok jetzt wird es halt schwierig weil da hinten kommt noch nix wie sieht es denn aus bei quiet das ist auch ein crs soldat das sind diese besonderen soldaten ok es könnte sein dass sie halt da oben auch lang kommt sie soll da hinten einfach mal warten oh nein der alex hat mal wieder nicht aufgepasst ok der eine typ kann da ja immer pennen kommt noch eine kommt noch eine ok der erste pennt die anderen beide sollten auch pennen gleich der pennt ok wir ziehen die einfach mit ok ohne wenn und aber wenn das zur verwirrung führen sollte dann führ das zur verwirrung ok hier haben fette Waffe noch dabei ich fühle dass ich keine fetten Waffen dabei habe dann laufen wir noch mal ein Stück weiter runter aha 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 yes he is coming to aha hier ist schon der Flughafen aber hier ist niemand also zumindestens jetzt niemand der mit einem dicken Auto verfährt ich würde am liebsten sagen quiet komm mit aber ich weiß nicht was das bringt hab grad nämlich sorge dass wir hier schon fast zu spät wären ich hole sie trotzdem mal ich muss mir das halt auch angucken so ein bisschen ich seh halt alter ist die schnell ich schon da ja über die halbe Karte gejumpt ach sorry falsche Waffe achso die hat schon mhm ach da oben ist zum Beispiel jemand da ist man ok die sind gut bewacht jetzt wofür man jetzt müssen wir mal gucken was die so findet ok ok also die findet schon einige Leute und hier ist gerade echt Party angesagt aber irgendwie 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 habe ich ein ganz mulmiges Gefühl dabei ich glaube die sind schon viel weiter scheiße nein hier wird das Auto geanlassen wir werden da mal hin wir werden da mal hin ok wir sitzen aus ist sie schon durch war's das? ok quiet ist durch sie hat halt jetzt nicht so viel gefunden aber wo soll sie halt hier gucken? ich hab keine Ahnung sie soll einfach mal generell gucken ich hab ich nehm eine Mine mit oder sogar zwei gut nachts gut nachts gut nachts ich weiß nicht wie wir die wo die 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 gerade sind hier heißt es finde den Transport LKW ja ich habe verstanden Transport LKW ich hoffe die findet da überhaupt was komm wir nehmen den mittleren einfach weg wenn's knallt wissen wir bescheid ja egal wir müssen weiter gucken im mann abholen ok achso die Wildtiere sind da äh keine Ahnung ob sie schon im anderen camp sind oder so wir können ja auch ganz am ende auf sie warten ich meine die müssen ja erstmal noch nicht die große Basis dadurch ok hier ist jetzt die eine basis aber es hier ist halt auch nichts außer die kann das echt so weit ich bin gerade echt ein bisschen aufgeschmissen wenn ich ehrlich bin ich stelle mich trotzdem noch mal oben bin ich gucke wir waren so furchtbar schnell eigentlich definitiv nicht die sind wahrscheinlich schon ich weiß nicht warum ich hab so ein gefühl gerade ich weiß nicht warum bei diesem wahrscheinlich schon so weit vorgerannt wir haben auch alle große waffen dabei das ist natürlich auch wundert und weitere sollte zu behaupten scheint ganz ruhig zu sein noch betreut hat irgendwas gefunden sie hat das schon viele leute gefunden kontrollfunk ok das heißt sie sind wahrscheinlich schon ganz vorne ok wir rennen einfach weiter da hinten kommt nichts ne ich hab grad gedacht ich hätte irgendwas gehört aber da ist halt null nah da nix die ganze und wir laufen halt echt gerade den ganzen Weg ab grenzregelung schon wir sind schon im ölfeld äh am ölfeld ich guck nochmal von hier oben vielleicht finden wir hier schon was wow bleib oben Junge ist auch noch nichts ok das ist halt mega komisch weil eigentlich müssten wir sagen ok wir finden das recht schnell aber so ok da hinten wird es ja peng gemacht hm hm vielleicht fährt das jetzt auch erst los oder nö da wäre das ja schon verloren es ist ein scharfschützenstimme ich habe keine ahnung wo das sein könnte könnten wir kann sie einfach mal dort hinten aufklären weil ich bin echt bewirkt hm 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 blob land wann sollte wo was wie ankommen das ist schon der Frage gerade hm 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 oh noch So, das Ding sollte irgendwie hier so entlang kommen. So, zack, 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 zack. Ich kling echt schrottlos. Hm. Ich bin super ratlos gerade. Hier bewegt sich nada nix niente. Da sehen wir so nix. Das sind Leute. Die Sonne begeht bald unter, hey. Haben wir aber ziemlich lange gesucht. Ha. Auf welcher Seite kommt denn die? Ah, da vorne schon. Nicht die ganz Außenstrecke. Karte. Okay. Bin ich auf der richtigen Seite? Ja. Das muss hier sein. Nicht dahinten. Oder? Das ist natürlich das, ne? Hier ist auch nichts. Okay, hier ist nichts. Wie mögen die denn sagen? Ja. Hä? Kisiba bang. Bang. Ah, okay, gut. Das ist doch da hinten. Oh, Mann. Oh, nein. Sorry. Gut Nacht. Gut Nacht. Gut Nacht, Bobo. Oh, scheiße. Ich bin genau auf der falschen Seite lang gelaufen. Welche hintenrum hätten wir uns nicht entdeckt? Okay, das heißt... Wir müssen Kisiba Bank gerade auswendig machen. Aber bei A hätten wir sie doch eigentlich gepankt müssen. Da hätten wir sie eigentlich getroffen. Bedrohung im Außenpasst landet. Okay. Außenpasst ein bisschen infiltriert. Ja, bitte, 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 bitte. Ganz langsam und... ...deutlich. Kann doch nicht sein, dass die jetzt fast im Kisiba Bank sind. Ich meine, ich habe hier nichts ausgeräumt, auch von den Leuten. Naja, wir werden es schon finden. Wir werden es schon finden. Wir rennen von denen rum. Also von den Gegnern. Also wir müssen das Ding nur mitnehmen, dann. Ist gar nicht mal so einfach. Ah, guck mal. Hallöchen. Okay. Okay. Einer ist da. Das ist deren Panzer. So, das bedeutet, deren Panzer hat halt so seine Probleme. Aber die sind noch nicht in Kisiba. Das heißt, die sind irgendwo erst losgefahren. Ne. Ne. Ähm. Halbpflanzen gefunden. Hey. Jetzt bin ich gespannt, ob die nicht vielleicht dort stehen geblieben sind. Wegen uns. So im Nachhinein. Nein. Weil die Siba muss. Okay. Hier muss er doch durchkommen Der Weg führt also hier vorbei Ich laufe jetzt aber mal auf dem Weg weiter Der ist aber hier nie angekommen Wenn jetzt meine Dinger fehlen, dann... Ich hab keine Ahnung, ich bin grad so aufgeschmissen Weil ich hab einen von denen aber schon mal mitgenommen Nö Die sind da noch Dann geh ich nochmal zurück zur Basis Doch, die bewegen sich Anscheinend Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung